warte man kommt der scheiß zug ich will doch durch schweig doch Ich wollte das gerade eben kontrollieren, was natürlich nach der Fahrt war. So, jetzt bin ich jetzt hier bis nach Mörs Bahnhof gefahren, wir laufen immer von hier aus, erst von Bahnhof oder so, in der ersten Bahn, wenn ich hier gefahren bin, dann fahre ich jetzt zurück, dann kommen wir nach Mörs Bahnhof und dann fahre ich jetzt wieder zurück nach Mörs. Da wird der Fahrt, hier ist der Trompett, hier ist der Trompett, und hier ist der schön hier, der Sonnenuntergang, denn auch deshalb bin ich hier mit dem Bug gefahren, da ist der schnell, wie schön, wie schöner Sonnenuntergang, hier Trompett. Nächster Halt, Trompett, Ausstieg in Fahrrichtung rechts. Trompettbahnhof, die Stufen können nicht aus dem Fahrwerden, wo so sehr viel Schnee liegt, und da, und die Brücke wird wohl bei Trompett nach Dysburg über den, inklusive dieser umliegenden G-Subite. Genau diese Brücke hier, die wird wohl bei Trompett nach Dysburg über den, noch wird die, noch wird die Brücke ist hier in der Stadt Mörs, die Stadt Mörs darf die Brücke wohl nicht so sehr aus dem Fahrt, sondern hier kann nicht mal rausgehen, sondern ein paar Fahrwerden, wo es hier geht, haben wir sie auf die Brücke und da, wo es hier nicht so sehr gut geht. Und hier ist jetzt auch ein paar Börse, wo es hier geht, Vielen Dank.